Herzlich Willkommen zum weiteren CSGO Let's Play. Aus für ein 2, aus für ein 3, aus für ein Verschroren, weil ich bald rausgeführt habe, dass ich Settbefüß verschweinert habe. 20. Keine Ahnung. Was bedeutet der 80 bei der AK? Waze ist jetzt ein toter Schweigen, wenn du lebst, kannst du weiter leben. Tote Schweine? Lecker! Ich mag tote Schweine, lecker! Ich hab Schweigen gesagt, aber auch egal, wenn du mir als Essen denkst, dann würde ich welche da noch machen. Ich verspille noch mehr Lastvention, Lastvention, vorbeigern 9, vorbeigern 2, vorbeigern 3, vorbeigern vorbei. Eine Tate ist halt Berufsköchin. Ja, das heißt ja, Lärm zwischen dem AK. Ja, die... ja, okay, Lastvention beginnt, wenn ich sage, Lastvention beginnt, Lastvention beginnt springen. Lastvention beginnt, das Ding war extrem, vorbeigern 9, vorbeigern 2, vorbeigern 2, vorbeigern vorbei. Was? Was ist denn du für ein Typ? Ich kenn' dich gar nicht. Wer? Wer ist denn? Du bekommst die Belegung des Essen, und du bekommst die Belegung des Gelenks. Du bist Türke, oder? Ja. Dann würde ich sagen, weil Türken ja gerne Tee wollen, würde ich sagen, einfach Eiste Pfirsich. Reiste Zitrone. Hätte gewonnen. Ich habe ein Melanchol... Wievon heißt, das sind Eiste Pfirsiche, dieinander vornherein Bettet, Autどもite. Mit Löw, wir unterstützen zu der Seite, aber ein Flüchtling ist. Da würde ich sagen, dass ich das nicht herr'n Klauen ein Klauen ein aften geht. Ja oder? Nein, das ist auch gut. Wir haben einen Klauen ein Klauen. Und dann ist das immer ja auch kein Klauen ein Klauen ein Klauen. Und dann sind wir einmal ein Klauen ein Klauen ein Klauen ein Klauen an. Da sind wir beim Handelbricht, die Handelsbericht und den Abstand, den wir im Klauen von den Klauen ein Klauen ein Klauen ein Klauen. Ich bin auch zum Teil Deutscher, ich bin Österreicher und zum Teil Russe. Die Bix Auto, JK, die Bix Handy Marke, als Fenton, die Bix. Ich weiß auch nicht, hat das letzte Mal gewonnen? Bei der letzten Runde? Egal, ich probier's noch mal, ich hab's nicht gehört mehr. Ich sag einfach, weil der Türke Biss und Türken gerne Tee wollen, sag ich, äh, ST. Das habe ich meiner Mutter, ich weiß nicht. Aberari sagt er. Der ist dann gewinnt zu ehem. Ja, und der ist gestorben. Den Mercedes kaufst du nur mit den Sternen auf der Motorhaube. Okay. Ja, das könnte mir ja so zu kicheln. Geiles Mann. Ja, vor allem türkische Belize. Ja. Wie geht man? Ja, ich bin dir. Ja, der Ablauf. Komm mal her, Digga. Sakili? Heeeey Digga. Well details, leatro. Ich muss ein Leutelegen. Ich schwelzeVEL. Loselim ceiling. mightniss! Meinaarstin. AS bonne Million. Ich wäre relativ Show. Mal jetzt. Schключ Keepziehen creepy. Wahrscheinlich, oder? Ja, oder Furkan? Was sollen wir machen? Was soll deinem Wunsch? Ich geh einfach zu dir und drück dir so einen Headshot rein. Keine Eier. Ich geb dir so einen Headshot, Junge. Wie du dich extra umgedreht hast, dass du mir den Rücken schneidest, hau ab. Ich weiß, wenn es wieder bis Elvator geht. Nee, egal. Ja, was sollen wir machen jetzt? Das ist schon so, wie wir nur einen Runden noch nachzumsocken. Wenn ich jetzt nochmal so abkippe, verstehe ich. So, oder? Das ist alles Elvator, oder? Das ist wunderbar. Du solltest dann auch rein, oder was? Ja, ja. In den großen Box. Komm, komm. Da kann ich noch. Ich hab ihn gerade vorweg geschickt, was machen wir jetzt? Na klar, komm, lass mich vor. Das ist eine Ausfall. Oh! Ah, Alter. Oh mein Gott. Das sind so richtig episch, gell? Derjenige, der den Kopf lässt, wo du lebt, auch noch. Der Kopf lässt. Der Kopf lässt. Der Kopf lässt. Der Kopf lässt. Das ist der Kopf, der der den Kopf lässt. Der Kopf lässt. Der Kopf lässt sich auch einfach abkippen. Der Kopf lässt, wo dierese müssen. Ich habe mal in des Sanktons mit. mal was mitbezogenes bieter warum soll ich nicht haben so Prozent wir sind schon wieder Prozent Klappung also da macht sich ja kein Alkohol oder man kann es so gut ich bin dann würde ich sagen weil ich österreicher bin und patriotisch bin ich sagen Red Bull Mama, bitte ne Ding, ne Handfeuerwaffe, danke. Alter, was magst du überhaupt für Getränk, lol? Die Digi, gib mir mal die Digi, schafft keine Waffe, bitte. Nö, nö. Dann geh ich halt wieder zu meinem Freund im Gabelstab. So, wo ist die Digi? Oh, der ist wohl wieder weg. Ey, wenst du noch nicht auf der Knochen, Alter? Warte mal, Mann. Ich bin nicht auf dem Knochen. Ich bin nicht auf dem Knochen. Du bist ja auch nicht auf dem Knochen. Ich bin nicht auf dem Knochen, ach, ich bin nicht auf dem Knochen. Was ist das? Sack, nur noch den Duble. Kommt her. Ja. So was hast du denn bei G معsturzaktion oder den Moixer? Wenn sie meine gute Arbeit index Kwiebeln haben. Wie bitte? Ich hab sie gleich an der Schlange geheimnisvoll gab. Ich bin nur noch Lokus. Ich bin doch hier. An der Schlechtelbinder. Schöne pizziert. Begelebtes essen. Entschuldigung. Mir läuft noch mein Projekt immer bei GF in der Handschaf. Small Kniech. Der Panzer, Digger, das bist du schießt, wenn du dich ergibst. Ich kenne dich auf den Stammler, dass du sterben kannst, wenn du dich schlägst. Wie sind sie? Wie sind sie? Der Wärm? Wer hat den Wärm? Oh nein, nur ein Wecker dritt aber ab. Erich, das Getränk magst du eigentlich? Erich, das Getränk magst du eigentlich? Draußen wird raus, wenn sich die D-Jets öffnen, dann schauen sie raus, die Füße versteuern. Ich muss Achtung, passt auf. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, warum ihr hier sitzt, aber es ist mir scheißegal. Achtung, da hat die Waffe. Was ist los? Nein! Ich hab' nichts gehört, bitte wiederholen. Ich habe nichts gehört, bitte wiederholen. Aber er hat sich irgendwie erheben und so, ab und trotzdem gekillt. Hm, keine Ahnung. Du hast die Doppelstatt rausgefüßt schon, und jeder hat mich geändert, wenn du da bist. Genau, so wie gesagt, die Anzahl, um ihn jetzt weitergepackt, ich dürfe davon zu reden. Da hinten sitzt einer da drüben. Ja, ja. Könnt ihr mal was medbezogenes spielen? Immer nur diese... Wir sind ja direkt wieder bei dir. Oh, du bist ja noch mal tot. Hast du das nicht gesagt, wie du willst sterben? Es ist ja jetzt nur einer, oder? Aber wenn du in deinem Leben jemanden mit einer Waffe anschießt, wird er auf jeden Fall nicht aufgeschossen, ne? Eigentlich hast du eigentlich, äh, Peter... Egal ob Schwarzer Peter, es stimmt nur eigentlich der... Es ist ja eine Runde, ist es eigentlich nur. Ja. Eigentlich war es ein Fullkill jetzt. Es wird nur eine Runde gespielt, das heißt, wenn jetzt wer ein schwarzer Peter ist, und ein schwarzer Punkt ist, dann gilt das. Dann jetzt steht nur einer, oder entgegen... Oder halt... Ja. Guck, ihr kommt jetzt halt auf die Linie, oder ist die Schwarz? Einfach rennt einfach auf die Linie drauf. Genau. Jetzt guckt ihr weiter. Jeder der da ist, wir haben 25 Sekunden am Arsch. Können wir gepflicht sein? Ja, ihr könnt das Spiel weg, ihr könnt machen, was ihr wollt. Außer hier, ihr könnt das Spiel weg machen, was ihr wollt. Also hier, ihr könnt das Spiel weg machen. Also hier, ihr könnt das Spiel weg machen. Mal weiter. Mal weiter. Da fällt, äh, auf die Spiele. Mapbezogen bitte. Hey, ich würde das Kameradenschmeinteil oder so da draußen, könnt ihr das mal wegmachen. Na, wie wär's mit, äh, was ihr noch auf der Map war, zum Beispiel, äh... Äh, Mann. Oh, danke. Wie heißt das in einem Spiel? Spiel durch den Charats, oder so? Nein, nicht bezogen. Also... Mach's doch mal. Und wie wär's mit Climbed? Was ist das so wichtig? Ich will Climbed. Ich will Climbed. Ich dachte, Freeday. Ich bin wieder zu. Es ist Freeday. Es ist Freeday. Ich bin wieder zu. Es ist Freeday. Also, ich würde jetzt sagen, es ist Freeday. Es ist Freeday. Bitte los, Reck'n Wolf Freeday. Dann ist das. Es ist Freeday. Ich will die Leute, die anderen beiden auch noch spielen in einer Runde. Es ist Freeday. Es ist Freeday. Ich muss den Fränger abgeben. Ich bin SRAK Alex. Das ist super geil. Ey, ey, Loi. Dann weiß es die anderen Laks kommen, will ich mich mitzocken, aber... Es gibt leider keinen Putin mehr und keinen Türke, leider. Ja, das gute alte Putin. Wo waren sie mich damals geschild, dass wir schweißen Leichen haben oder wie das sie hieß, Leichen nach Hause oder so. Da war der gerade Besuch über... Ah, bei dem Kleinen, den kennst du noch? Mit Leichen Club, genau, ja. Der ist ganz alt, der Kleinen. Da habe ich sogar den Dagobert noch auf Steam und seine Frau, also Angel. Die haben auch damals geholfen bei Putin. Okay, ich mache mal eine Runde, mit mir richtig geprägt. Also eine Runde, ganz ernst. Und dann habe ich das verhandeln. Wesle, wie alt bist du eigentlich? Ähm, ich möchte am 11. September, 2013. Ja, klar. Schwerst nicht, wenn ich du bist, ist es doch. Nein, nein. Du tickt die alte Anteile. Du musst dich stellen, falls du es nicht gedacht hast. Man macht es nicht so richtig, Alter, aus wie den Namen bei Wohnort und Töch. Naja, Deutschland wahrscheinlich. Oder Österreicher, keine Ahnung. Aber klingt es nicht so wie Österreicher. Äh, wieder nicht. Naja, das ist ja der als Toterw in Deutschland. Wahrscheinlich, äh, NRW. Bayern eher nicht, NRW vielleicht, oder... Hm. Baden-Württemberg, ja auch nicht. Ja, das ist ja der Scheiß mal getötet. Das ist ja der Scheiß mal getötet. Herr, da ist ja der Scheiß aufs Goldschiff. Ja, ich hab's nicht gesehen, Mann, aber ich hab's gewählt, Mann. Wir machen mal die Chains auf, alle auf den Strich kommen. Komm los, los, los. Wenn sie zehn Sekunden auf die Scheiß... ... Wir sollen auf den Strich kommen, zum Anschaffen für dich. Auf den Strich, und dann werden wir in 10 Sekunden hinterher sein, auf jetzt an die Tore. Auf den Strich. Auf den Strich. Ah, das will die Bahnen, oder? Ich bin angeschossen, in den Heilen gehen. Noch mehr angeschossen. Climb, 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 climb. Der hat in der Messer zugespielt Ein, zwei, drei, zwei Das ist kein Dann muss ich euch jetzt folgen Hallo, ich kenne gar nicht Du darfst dich bewegen, komm mal zu mir. Du darfst dich bewegen, komm mal zu mir bitte. Zu mir, zu mir komm. Aber ich will vorher heilen gehen, ich will heilen gehen. Ich hab keine HP. Du darfst mich bewegen, kommst deswegen stehst du hier. Das einzige was ich will, ist einfach nur betrunken werden, aber es ist so schwer. Geh heilen und komm mal zu mir. Wo bist du? Wo soll ich jetzt hin kommen? Zu dir? Gib mir her da. Wer hat eigentlich diesen komischen Gabelstapler Klaus geholt? So holt sie das gelbe Teil da, mit diesem gelben Gabelstapler, oder was? Das ist irgendwie ne Nachricht von Baum, ja glaub ich, wo krass ist. Wie deutlicher oder lauter gehen soll, das ist top. LOL Alles klar, Lerlo am Start. Komm mal zu mir, wenn du mich umhörst. Ja, wo bist du? Äh, ja. Ich muss mich nicht umhörst. Ich hab früher schlechte Geräte, das ist ja durch mein Mikro damals. Also ich verstehe ihn ganz gut. Ja, ich hab dich gekippt, weil ich gesagt hab, wenn ihr nicht auf dem Strich seid, seid ihr tot. Und kannst dich fahren, oder was du willst. Und wenn ich mich nicht umhörst. vocabulary sch assets. Okay, wenn ich mich nicht umhörst und nicht umhörst. Und wenn ich mich nicht umhörst, macht ja... Ich ... wenn nicht umhörst und nur irgendwo rum Ich hab mir tecnologia lang огрidersinnds zu reden, denn... die Verook .... Ich hab dir doch schon tausendmal gesagt, Junge, dass du zuhause hier alleine verlaupt sind. Du musst deinen Vogel nennen. Ja, hast du es noch? Dann pack deinen Vogel, dich du weg leftover. Du musst deine Hüte raus! Ich bin der Schotze und Schotze, Rheaus, Schatz. Nee, 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 nein, wenn du geblieben bist, du kannst deine Shots versteckten. Du musst deine Hüte raus, du bist tot. Ist das ein Schotze jetzt? Alter. Da ist der tote Schweine dran. Tote Schweine, lecker! Dote Schweine! Tote Schweine, lecker. So, jetzt wird mal aufgewäumt. So, ich mach Anzeigen. Wir machen jetzt nochmal Anzeigen und dann, wenn es nur ausgeht, eine Runde verstecken. Wieso? Teams sind fair. Teams sind fair. Beste, du kannst Anzeigen machen. Ich übergebe dir das Mikro. Kann man das nicht auf Deutsch verstecken? Kann man das nicht auf Deutsch verstecken? Ja, und danach eine Runde verstecken. Okay, also, ich bleibe in jedem Mann. Wir entscheiden sowas so Neues. Also, wenn man in der Chef von Ocho ist, wenn wir manchmal nicht reden, und ich bleibe so. Und bei Hummel heißt es auch, vor der Feierball. Hier, wo ist es? Wenn du jetzt, äh, letztes Runde, äh, wo bist du? Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Äh, wo ist es? 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 Herr Hummel, komm her, komm her, komm her. Nein, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm, 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 wirst du mich noch hier in den Fernhof zu reden? Ich will gerne, wenn ich so die Schnee gleich in den Fernhof gehören. Das ist jetzt in die Norge, aber... Hey, Chef, ich habe noch eine Frage. Ich habe eine Frage, ne? Ich werde gebannt wegen zweimal Rotkick, äh, irgendein Rotkick. Er wird nicht mal gewarnt, er wird nicht mal gewarnt, er wird nicht mal gewarnt. Äh, weil er mich freaket, und ich beleidig die ganze Zeit was ist, das ist meine Logik, da ja. Äh, wann ist es nicht beleidigt, ich glaube, warum hat er gerade gespielt in Englisch, habe ich... Ich habe die Idee, warum er leidig spreche ich die ganze Zeit, ich blege nicht mal zurück. Ah, Adolai, Bob. Das heißt, neulich, das ist schon länger da alles gekostet. Das passt mal. Das heißt, kein Ninja, das ist ein Cheeky, oder? Ja, die haben wir ja gekostet, aber die, äh, kann ich einreißen, die sind schon danach. So, erste Runde Verstecken, erste und letzte Runde. Allgemeine Versteckenregeln, wir kommen, 39 suchen, wie immer. Es ist jetzt für eine Runde. Es ist Verstecken. Eine Runde Verstecken. Eine Runde Verstecken. Nein, lass sie rum. Kollegen, kommt bitte zurück. Oh, nein. Ball, du bist jetzt eine Bombe. Oh, die Bucke, Romo. Ist jetzt dieser Wäste schon gegangen? Hat er jetzt gebannt, oder wie? Was, was, was ich da stecken? Ich bebe, du dich. Jetzt bist du verrauben. Ich frage mich nur, warum ich zwei Boat-Kicks-Dinger verbande wäre, und dann... Okay, okay, geht nicht los, aber wenn jemand bei jemandem mit dir erzählt, muss ich allein auf, dann kriege ich dich alles mit. Ja, da kommt jemand auf YouTube. Kanal Winterlandschaft. Geht's auch weiter? Ja, okay, versuch's, ja. Dauert aber das Hochladen ein bisschen länger halt, ja, ein paar Stunden. Ja, danke. Danke. Ja, das ist mein Mann, doch nicht. War auch ein lustiger Typ, dieser Wäste, deswegen kommt's auch hoch, das Video. Ja, das ist mein Mann, aber... Ja, das ist mein Mann, aber... Ja, das ist mein Mann, aber... Das ist wie bei YouTube, einfach an der Kante stemmen, ist da so schwer dran. Ich glaube, die Jürgen von heute kennt sich gar nicht mehr aus, die wissen ja gar nicht mehr, was vor und überhaupt sind, leider. Ja, ich bin ein 31er, ich weiß, um Alter ja, ja. Ach, das ist der Scheiße. Geht los übrigens. Ab 19 oder so, ab 19 oder so, ab 19 oder so, ab 19 oder so, ab 19. Du hibst dich Entrepreneurs, wie dich ich ja, 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 ja. Die enacted ohne hinein, wir hätten morgen wieder angeotted Geschmack, nee, meinerencies zu spüren, ja. Mit einem ist bisher ja neibile Interesse, und ich habe da mehrere propheticologicalen gekauft. Keine Ahnung, ich habe da Murder Onland, fuck's, nein, das ist beiurerurbus какacoat goede�. Ja, ja, dere dost, gebeur, aber lieber alcool, jetzt, goede Affiliate. Ich bin ganz schön, voller vollständig hier, ja, ja, ja. Echt associiert, ich bin ganz schön. Ja, ja, ich bin ganz nett, aber das ist kalt. Na, ich bin ganz schön, govern. Bei uns hatte fast jeder einen Vierer, bei unserer Französischlehrerin. Bei uns hatte im Französischlehrer fast jeder einen Vierer. Du hast nur eine Millisekunde gebaut. Der Vierer ist voll in Ordnung. Der Vierer ist voll in Ordnung. Das war 1,2 Sekunden. Was? Ich bin fertig zugucken, weil das Vierer ist. Der Vierer ist voll in Ordnung. Der Vierer ist voll in Ordnung. Der Vierer ist voll in Ordnung. Er wollte es nicht so gehen, wenn ich nicht so gehen würde. Mach das. Der Vierer ist voll in Ordnung. Das ist ja großartig. Hallo Stefan Schnell��� shine Hallo Hallo Es ist Das ist Okay so Ach Nein Genau Ich bin Ich bin Nein Ich bin Er Das ist Ja Ist Ja, da hab ich ja auch noch gut, dann brauchst du dich auch gut. Bleiben wir im Hauptraum. Komm, bleib da, Kollege. Ihr müsst nicht zu uns kommen. Pull, 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 pull. Ja, da auch. Hallo, Kassi. Warst du schon oben bei Sprungbretto, wer ist? Ja. Das ist ja drinnen, glaube ich. Warst du nicht wackelt? Warst du nicht wackelt? Ich binsel. Ich binsel der Rand, ich binsel. Ich binsel, ich binsel. Geh ja nicht auf, Alter. Ja, da muss ich schon von da rumziehen. Hm. Bist du blöd. Ich glaub, da ist hier keiner drin. Hey, du bist der die Rechte und die Friske? Ist so gut, aber ich glaube, ich bin so gut, aber ich bin so gut. Ich bin so gut, aber ich bin so gut, ich bin so gut. Ich bin so gut, ich bin so gut, ich bin so gut, ich bin so gut. Ich weiß nicht, wo du bist. In Österreich. Im schönen Niederösterreich. Hm. Hm. Wunder, komm, komm. Schade. Aus Wunsch. Oh, was ist das denn jetzt, Junge? Ja. Immer extremeres, netbezogenes, bitte. Hi. Ich hab' gewusst, dass du im Dorf bist. Wo war er denn? Äh, da kommen wir mal bis hin zu, äh, ich bin drin, bitte zu alle. Äh, das war ein Eisbärchen, der Falle, und schon fünf Jahre, oder? Ah, das ist einfach so zu zweit. Okay, ich möchte hier noch mal schauen, ob das irgendetwas wird. Äh, so, blau, hart. Ja, nicht Rob, doch, ich kann das nicht. Schade. Ja, das ist ein bisschen, da hat der kleine Direktverboten. Ich mache es auf dem Weg. Ich habe mir ¡schteren mich nicht gemacht! Ich gehe... ... äh, so, reichst du dich aus! ... und aus Deutschland. Einfach in der Müller. Du bekommst. Die liebe liebe Lichte Trinck. Komm ich echt so schlecht? Die Trinck schon wieder. Die hat der schon zweimal verloren. Und gut, auch die guten Dinge sind drei. Ach, loll. Ich muss mit dem Weg von weg. Also, Lieblings-Auto-Mobil, und du kriegst Lieblings-Alkohol-Ruschen-Schutz-Auto-Mobil, oder was? Was ist das? Was ist das? Dann bist du lieber Lieblings-Auto-Mobil hersteller. Äh... Aus dem Boden. Okay, mein Lieblings-Auto-Mobil hersteller. Ey, mein Name ist Chef, ich kenne ja noch von AOG damals. Ja, AOG, hier 5.0 Uhr gefühlt. Hm, waren noch Zeiten damals. Knasthaus, hm... Gut, dann würde ich sagen... Ich würde sagen, weil ich Österreicher bin, würde ich sagen, Red Bull. Ach, scheiße. Halbwölzer, ohne Scheiß, ich trinke die Energy Drink. Lass mir noch eine Chance, lass mir noch eine Chance, warte, warte, warte. Komm, er hat sich auch ausgehend. Okay, dann sage ich, wer ist trinke ich jeden Tag eigentlich SD40 von Rauch der Afrika? Okay, okay, ähm... Jo, das war mal was. Benz. Nur so in eine Minute. Ja, Benz. Benz. Benz, das ist es, äh, nach Dacia, so Meiden hatten. Ja, ich kenne, ich kenne den auch noch in Schüssel. Ah. Ja, ich kenne die Flaschen, auf demishi, nach Dacia, so Meiden bei Dacia. Keiner, weiß noch nicht. Und die Flaschen? Nein, ich kenne die Flaschen enthalten. Was, du machst ja Ferrari?! Was, du machst ja Ferrari? Mhm. Wir haben noch nie alles rundum durchgekochen gemacht. Mhm. Ach, mach ich auch, die vergänzt dich. Du machst ja Ferrari? Wie kann das sein? Ich weiß, nämlich. Ich kenne die Flaschen, die Flaschen, ich kenne mich. Lamborghini, Ferrari, Mercedes, hm. Coole machen. Er würde die Map verlängert. Wie kommt das vor? und sein aus was ist ein kleiner Ruf vorstab ohne umweg und verzögern die gegen das gleiche aus schulter und schulter und schulter und schulter und schulter und schulter und vorbei ich stelle dazu oder permanent die Zellen anschauen Hallo, Fireball Fireball, du gehst einmal auseinander du gehst einen Schritt nach links aufpassen, aufpassen ah oh mein Gott das ist das einzige Nachteil von der Map du gehst einen Schritt nach rechts du gehst einen Schritt nach rechts was heißt 3Killers ist von der Map du gehst einen Schritt nach rechts du gehst einen Schritt nach rechts du gehst einen Schritt nach rechts ja, ne, das war dass du von der Map auskommst ja, das ist der einzige Nachteil von der Map das muss ich einmal Teddy sagen bei der nächsten Version soll ich den rausnehmen dadurch darfst du das Schöpfchen einst nach rechts Ja, I don´t know Fireball, Fireball Fireball, Fireball Fireball, Fireball Fireball, Fireball Fireball Fireball, Fireball ich kann euch nicht mehr aber in der anderen Seite nach vorne darf ich vielleicht einen Machen als Kategorie so ein erneuer ich bin ich bin ich hab ich das vertellen ich hab mir echt das Gefühl so gut Hallo, mein Mann! Hallo, mein Mann! Hallo, mein Mann! Hallo, mein Mann! Wir sind dein Mann, wir sind Schuhe und Schuhe, und wir müssen uns haben gepreased. Nein, wir haben gewonnen. Perfekt! Spiel mit dir! Mach aus mehr Bezogenes! Das letzte Runde! Okay, kommt nach den letzten US-Präschen. Ihr seid gepreased! Wo bist du, bitte? Wo? Der war letztens US-Präschen. Auch wenn mein letztens Schlussgespräch ist, da ist natürlich der Rotennehmer. Zum Glück habe ich das. Das geht nicht. Hey, danke! Pass auf, da kommt diese... Brauchstabler, der schubst euch zur Seite. Was ist das für ein Spiel? Hier vor Kornasar. 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 Wir spielen eine Runde. Nein. Ja, ich kann erst nicht schwer, und zweitens habe ich kein Speed. Ist das nicht schwer? Eigentlich heißt es ja, wirfen auf eigene Gefahr. Komm, kümlich. Nein, mit Speed ist das schwer. So, ihr geht jetzt ins Beerbohrn und wir uns verzeigern. Mit Speed ist das schwer. Mit Erne. Ich kann aber allgemein nicht mehr. Ja, du hast ein bisschen zu springen. In der letzten Zeit. Es geht auch hier einfach auf mein CT-Abschluss los. Geht doch. Ich hab einfach mehr. Bitte. Also das Beerb finde ich nicht so schwer auf der Map. Wer ist das von den anderen von der Minecraft da? Das ist das Schwierigste, finde ich. Wie heißt das nochmal von der Minecraft, äh, Ding da? Wie sehr's ich meine. In der Map. Wow, eins geschafft. Ach du Scheiße. Ah, fast. Also wer gut Climben kann und B-Hop ist der Kiko, kennst ihr den? Ich glaub, der könnte es in einen Zug machen. Er ist wirklich der beste Climber und Behopper, finde ich. Habt ihr das gesehen? Was? Jetzt ist das ein Drehmomau. Ich meine, das ist 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 ein Drehmomau. Es gibt nur noch einen Drehmomau. Es gibt drei Seelche. Ich habe drei Seelche. Ich habe drei Rehomau. Ja, ich komme hier in keine Ecke so rum. Ich hätte sonst fast gesagt, wer weiteres gewinnt, aber wir werden das nicht noch schaffen. Einfach die erste Seelche fertig? Nein, das ist die erste Stockwerk, ja. Ja. Ja, wir essen, Leute. Oh mein Gott. Oh, endlich eins ist geschafft an der Stage. Ja, 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 ja. Ja, das ist ein Drehmomau, oder? Ja, das ist ein Drehmomau, oder? Ja, das ist ein Drehmomau, oder? Ja, das ist ein Drehmomau. Ja, das ist ein Drehmomau, oder? Ja, das ist ein Drehmomau, oder? Ja, das ist ein Drehmomau. Ja, das ist ein Drehmomau, oder? Ja. Äh, ja. Wie komme ich dir wieder raus? Es ist allmesser, aber... Wie komme ich denn wieder raus? Das muss ich D.D. auch noch berichtigen als Kritikpunkt. Ja, wir haben noch einen Anbogen dabei sein. Können wir ihn einfach machen? Ja, einen Anbogen dabei. Ja, du schießt ja. So ein Video kommt in ein paar Stunden online. Kanal Winterlandschaft. Gute Nacht, Leute.